Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abzielen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Zielt ab. Zielte ab. Hat abgezielt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich ziele ab. Du zielst ab. Er zielt ab. Wir zielen ab. Ihr zielt ab. Sie zielen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich zielte ab. Du zieltest ab. Er zielte ab. Wir zielten ab. Ich habe abgezielt. Du hast abgezielt. Er hat abgezielt. Wir haben abgezielt. Ihr habt abgezielt. Sie haben abgezielt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich ziele ab. Du zielst ab. Er ziele ab. Wir zielen ab. Ihr zielet ab. Sie zielen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich zielte ab. Du zieltest ab. Er zielte ab. Wir zielten ab. Ihr zieltet ab. Sie zielten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Ziele ab du. Zielen ab wir. Zielt ab ihr. Zielen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abzielen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.